Ja. So. Dann zieh ich mir mal ne Schuhe an. Gehst du zuerst ins Tor oder ich? Oder mach mir zuerst Challenge? Gehst du ins Tor? Egal. Vor allem, ich hab auch neue Schuhe, Leute. Ich hab neue Schuhe bekommen. Tak. Schade. Vor allem, Leute, wenn euch das Video gefällt, lasst bitte ein Like und ein Nabo da. Würde mich sehr freuen. Dann schaut doch mal bei mir auf YouTube. Äh, bei YouTube sind sie ja schon. So. Der eine Schuhe. Das andere. Ach hier. Ich dachte schon, ich hätte meinen anderen Schuh zu Hause vergessen. Schade. Ja. Was schade, dass ich meine anderen Schuhe nicht zu Hause vergessen habe oder was? Nein, was anderes. Manche auch für dich hoffen. Oh, fuck. Ich bin geknickt. Haha. Nein, ich war erst darüber lacht man nicht. Aber dann würden wir halt die Schuhe nicht zu Hause lassen. Das war die Schuhe nicht zu Hause. Ich bin großartig. Wie viele Sachen sie jetzt haben, die Schuhe nicht zu Hause gefunden hat. Ich meine die Kamera mal weg. Aber die Böden. Ich bin einfach reich. Ja ich bin nicht auf Deutsch. Ach dafür. Ich bin verratzt. Ich bin einfach nicht dran. Ich bin einfach nicht dran. Ja, die sind ja hier alles. Bisschen größer bist du. Was denn? Du brauchst ein bisschen größer. Nee, ich muss das ausdauen auf dem Bier. Ich erzähle mich schon. Ein bisschen gezielt verschieben. Guck mal, ich muss noch reinkommen, bitte. Das ging nicht weiter. Nein! Vierab ich noch mal? Okay! Punkt. 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 Ein bisschen nötig in den Rückseitschein. Warte! Oh, der war falsch. Boah, Jungs! Ich hatte aber kompletten Spielballer. Dieser ganze Wald hier. Bumm! Wenn Sie die G 6 story existieren! Die Bros ist der Fall. Hier werden sie erreichen. Unser muss noch anders sein. Immerhin besser alsanced. farmer- 아직 nicht die Schule auch noch einwali. Ja, einfach so. Oh, wo hin, Junge? Oh, Digga! Geil dich mal! Ein Farmdieb! Ich habe eine Fahne gefunden! Ich habe eine Fahne! Ich lasse einfach! Ich lasse dich doch mal! Hey, ich bin nicht weiter. Ich bin nicht weiter. Warte, ich bin wieder zurück. Yay! Wollen wir mal ein Film machen? Was? Ein Film. Ach Gott, ja. Ich glaube, ich bin lieber ein Tor. Alter, krass. Schießt bei einem riesen Tor ohne Tor daneben. Junge, ich glaube, ich bin lieber ein Tor. Digga, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also man kann es einfach mit dem Randscheiß übertreiben. Wollen wir mal eine Challenge machen? Okay, lass, 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 lass. Ja, das war so. Du schaust mich gerne die Sonne an. Nein, den Boden wohl eher. So, okay. Hatte, ich mach aber von neu. Weil es ist ja der nächste Scheiß-Video. Peace Leute, wir warten zu einem neuen Video. Und heute... Halt nicht zu spät. Und heute spielen wir Fußball draußen. Mit meinem Freund Andreas. Ciao. Und wir machen eine Challenge. Und wir machen zuerst Latte-Schießen-Challenge. Und dann würde ich mal sagen, wie geht's los. Und lass ein Like da unten, ein Abo. So. Vor allem fangen wir auf wieder. Ich nehm das nicht an. Ich hab' nicht. Ja, ich hab' nicht richtig geimpft. Ich hab' nicht richtig geimpft. Ja, du musst ihn dann auch immer wieder geben, den Ball. Also wenn immer der Schreit muss, dann musst du immer wieder geben. Ja, hat das geimpft gemacht. Alter, Alter. Habt ihr hart haltet? Ja, dann haben wir jetzt den Kaffee. Schöne mal den Kaffee meine Kaffee aus. Traurig ist derjenige. Alter ey, der zweite Woche war ja viel besser als der erste. Wow! Ja? Alter, ich lache. Hattest du da meiner an der? Hä? Hattest du da meiner an der? Ja. Jetzt lache. 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 Ach nee. Lache. 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 Oh, das ist rutschig! Hey, da musst du den Soundchips ins Leben. Weil die Röntgen sei schon. Warum? Scheiße, das ist alles so. Perfekt, das ist krass. Den mach doch mal hoch! Ja, der hat den Kopf. Ja, der macht doch so ein bisschen hoch. Vielleicht, ich guck mal ab, ob es neue gibt. Schöne, oben? Warte, mal kurz. Warte mal kurz, ich hab's anfangen, weil ich hab's ja mal. Warte mal kurz, da kommt Alter von leer. Hä? Schöne? Mach dich auf der leer? Ach, schieße. Ne! Hunde, ich weiß wenig, Alter! Aber ich bin da nicht an, wo du helst. Und die sind viele da. Ja, denn die kleine Biele, ältere Gemeinde, wird die Rutschleiter aus, die ist ganz daneben, ey. Bitter! Wir müssen den Ball unten treffen. Ach nee! Die Samba steht, entweder ich rutsch aus oder ich trete aber komplett da wieder. 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 Ja, das weiß ich sehr gut. Was machst du jetzt hier? Ich dachte, du willst Kajak fahren. Es heißt Kajak. Oder ich dachte, du willst irgendwie ein Boot fahren. Die Kitas hat sie. Warte. Wir machen gerade nacken. Ey, wir machen gerade nacken. 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 Ja, das war so. Also, du kannst es gerne machen. Wir fanden es eh nicht. Ja, du fandst es auch nicht rutsch. Ja, das war schon. Ich sag mal so. Wir kannst gerne machen. Aber wenn du lieber nacken fließt, dann wäre es viel egal. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist die andere Lasse, oder ist die das Reste? Ja, ja. Also, was kostet für eine Lasse? Draußen, das war ein bisschen andere. Also, dann läuft der weiter. Ja, genau. Also, wenn wir das zweite Lasse haben, die Lasse gekochen, wird der da stehen. Also, der letzte ist. Also, der letzte ist. Ja, ich weiß. Du kannst auch hoffen. Aber immer halt ohne hoffen. Ja, der kann ich nicht, oder? Ah, der hat sich immer schlafen gelegt. Ah, der hat sich immer schlafen gelegt, ne? Ja. Digger, ey, bevor du da warst, habe ich mir kaum wieder hingelegt. Ja, der ist richtig so ausgerutscht hier. Ja. 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 Ich kann das. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Da sind diese Lüge nicht gespielt. Da kann ich mal gucken. Wo? Bevor wir Fußball gespielt haben, hat der Andreas den Ball dahin, da wo die Abwehrung ist, da wo diese Baustelle ist, fährt er einfach den Steinberg runter. Oder runter. Und da... Ja, da waren überall Drennungen. Ja, da ist drin. Ja, da ist drin, da ist drin. Ja. Da sieht man jetzt hier. Hier, da hatte ich nur noch einmal. So als ob die Lappe schießen müssen vor. Da ist das drin, oder? Da ist das drin, oder? Ja, die fliegt die scheiß Fliege. Ja, das auch immer du willst. Ja, das ist eine Weste. Oder ich mach's. Ja, das kann vergehen. Ja, die fliegt hier mit der, ja. Wo ist die? Ich weiß nicht. Ja, die fliegt hier mal, die alle drei Stimmen, die es mir reicht, aber die fliegt. Die fliegt da knapp. Ja, die fliegt hier einfach nur so, dass du hier dringst. Ja, die fliegt die drei Meter gefölkt. Ungefähr da ist die fliegt gefölkt. Und er rennt trotzdem noch weiter. Ja, die fliegt hier einfach nur so, dass du hier dringst. Ja, die fliegt drei Meter gefölkt. Ungefähr da ist die fliegt gefölkt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ganz hart. Ich bin natürlich in der Sporthalle, diese Bälle. Ich kann von der Hälfte ohne hoch bleiben. Von der Hälfte der Spielfolge. Ich glaub, zumindest hat Frank von der Schieße. Aber jemand von uns muss Kameramann sein. Er macht es. Kameramann. Aber wehe, du verkackst. Okay, perfekt. Hey. Machst du auch richtig, zeig hier auf uns und nicht auf dich. Warte mal. Machst du. Machst du. Glaubst du, du willst den einfach reinhauen? Schreibt in die Kommentare, ob ich den reinhau von hier ohne Boden. Ich hab die ganze Zeit auf den Stab gedrückt. Ich hab die ganze Zeit auf den Stab gedrückt. Ja. Ne, doch, ist weiter. Passt. Da läuft der getrillte Andi. Mit seiner hessischen Versur. Andi, ich fang an. Warte mal, man muss euch gut sehen können. Entschuldigung, das sieht aus. Dein Po sieht aus wie dein Kopf. Und deine Kamera. Haltung ist genauso. Ich hab nicht, ich hab nicht gefilmt. Was hast du nicht gemacht? Ich hab nicht gefilmt. Warum denn? Wiederholung. Hast du auch Pause gemacht? Ne, die Kamera ist umgeknickt. Ich hab nicht gefilmt. Der Ding war einfach so knapp. Ey, was machst du? Ich hab nicht gefilmt. Ich hab nicht gefilmt. Nee, hab ich nicht. Machst du? Ja, ich mach doch, mach doch weiter.